Willkommen zurück zum World of Warcraft Let's Play auf dem Kanal Loot Stories und wir sind hier wieder mit unserem lieben und gut aussehenden nachtgeborenen Magier An Illusion und haben gerade nur noch eine Quest, die wir denke ich mal auch sofort erledigen gehen. Dann müssen wir noch weiter ünden. So und an dem Grund habe ich in letzter Zeit voll die Zwangsneurose entwickelt immer Wege benutzen, eh immer Wege zu benutzen, ich weiß nicht was das ist. Aber wenn ich irgendwo hin muss dann laufe ich irgendwie immer die Wege, wenn ich nicht fliegen kann. Wahrscheinlich ist es auch besser so, weil man dann nicht so oft von Gackviechern angegriffen wird. Ah, da ist einer dort umgefallen. Ah, hier müssen wir gleich runter. Sucht in Dun Garok nach Beweisen für Geister. Oh, wir werden jetzt Ghostbusters. Geil. Naja, wir sind schon Jäger, also können wir auch noch Geister jagen, ne? So, wie sieht's aus? Äh, Gott. Das Reiten ist immer noch so langsam. Ah, noch zwölf Level, dann haben wir da 40. Dann, äh, Kriemon hat schnellere Reiten. Hat ganz schnellere Reiten, ist ja, wenn wir mal fliegen können. Ist es dann noch Reiten? Ist es noch Reiten, wenn wir fliegen? Ich glaube nicht. Ah. Geister, das kann man wohl sagen. Ja. Wenn mir ein Geist das sagt, dann glaube ich ihm das. Die Geister meiner Soldaten spugen in diesem Fort, Junge. Ihre Seelen sind an diesen Ort gebunden. Selbst im Tod kämpfen sie weiter für ihn. Traurig. Mach ihrem Leid ein Ende, dann könnt ihr den Sieg eures Volkes vielleicht genießen. Tötet zehn Geister von Dun Garok. Seid auf der Hut. Das ist ja spannend. Diese Quest kam jetzt total unerwartet. Hätte jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt auch noch die Geister hier töten muss. Jut, eins. Das geht auf dem Low-Level noch so schnell. Wobei später muss ich sagen, jetzt... Also der Legion-Content, der war ja anfangs zu Legion relativ schwer. Mittlerweile geht das schneller als der normale Low-Level-Content. Also der Legion-Level-Content. Ich habe den nämlich letztens noch, habe ich noch einen Dämonen-Jäger hochgelevelt. Und damit ich noch einen weiteren Charakter habe, mit dem ich ICC verarmt kann pro Woche. Ähm, das ist auch wirklich der einzige Grund, warum ich ihn hochgezockt habe. Aber, das ging... Innerhalb von drei Stunden war ich 110. Das war also wirklich nicht lange, wie ich dafür gebraucht habe. Ich habe immer noch Artikulationsprobleme. Das ist ja sehr widerlich. Wenn wir noch rein... ...finden wir doch gleich nicht mehr raus. Ah, Zwergengebäude. Das ist schon beeindruckend. BAMS! Stirb! Na, komm her. So, noch ein Geist. Wo ist denn der Geist? Sind die keine mehr? Oh. Hä? Also, einen müssen wir... Ah, aha. Der wolltest du... Oh. Oh. Ah, da haben wir doch noch genug. So. Damit sind wir fertig. Und jetzt kommen wir zu 100.000 dagegen, oder? Ah, wir haben es geschafft. Also, bei dem müssen wir das gar nicht abgehen. Dann müssen wir wieder zurück zum Ostwachtturm. Das läuft so schön von den Lippen, Ostwachtturm. Wie viel HP kriegen wir von den Quests? 7.000. Ist leider kein Level ab, aber... ...danach die Quest... ...dann haben wir es. So, 29. Okay, ich kann nicht in der Mitte lang. Es tut mir leid, das könnte sich jetzt ein bisschen ziehen. Wo wir denn hier... Also, das sind die... Eine Gilda... Eine Gilda haben wir leider noch nicht. Aber... Finden wir schon eine. Finden wir schon eine. Jetzt bin ich... Ich wollte was sagen und habe dann komplett vergessen, was ich sagen wollte. Das ist schön. Das ist super schön. Ah, wir haben eine neue... Axt-Transmogrification. Können auch demnächst... Ja, das ist hoch, ne? 98. Ja, 90. Und die sehen aber auch scheiße aus. Nochmal hier. 78. Nochmal hier. 58. Können wir sogar bald machen. Machen wir nicht mehr lange. So, unheilvolle Armstien. Oh, die sind besser als die Miseräu. Das freut mich. Und damit haben wir das... ...Vorgebirge des Jügelands abgeschlossen. Und können jetzt... ...weiter nach... ...wat wird uns empfohlen? Arati Highlands. Ich glaube, da werde ich mir auch mal hinbegeben. Okay. Das sind aber, glaube ich, nicht... ...sind nicht viele Quests dort. Ich glaube, damals... ...für den Erfolg... ...bevor das Legion-Kapitel-Ding kam... ...brauchte man dafür... ...17 Quests? Für den Erfolg? Ich glaube schon, ja. Also... ...lange wird das Gebiet... ...nicht halten. Aber danach können wir ja... ...fröhlich feucht wechseln. Zum Beispiel danach ins Hinterland gehen. Vom Hinterland aus später... ...nach westliche Bestländer... ...nach östliche Bestländer. Theoretisch müssen wir uns... ...kein einziges Mal hier wegbewegen. ...bis Level 60. Ho. Aber ich muss mal eben etwas schauen. Okay. Der Thoradin zwar. Aha. Aha, aha, aha. Gichtdarm. Lecker. Na komm. Drum. Geht das Server jetzt down oder was? Was ist das hier? Ja, das kann man machen. Können wir mal abgeben? Ich bin von den Verlassenen. Okay, annehmen. Gefallender Prinz von Stromgad. Ich bin von den Verlassenen. Das ist doch... Das ist doch Bullshit hier. Fuck you. Das ist das Kackbuch. Was will ich denn damit? Oh. Ich habe nicht ewig Zeit. Jetzt geht auch das. Ah, lohnt es Gichtdarm zu sagen. Gichtdarm ganz besonders. Gichtdarm erster. Demnigrige Menschen im neuen Gebäude umhauen. Gichtdarm so glücklich. Oh, okay. Das ist interessant. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Gefallener Prinz. Ach. Galantrobe. Hallo. Die dunkle Fürstin wacht über euch. Ich wusste gar nicht, dass sie... Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass sie hier steht. Okay. Okay. Gut. Dann machen wir als erstes mal die Ogre-Quest. Äh, Ogre der Felsfäuste getötet. Und Vollstrecker der Felsfäuste getötet. Die Säuberung des Hochlands. So, dafür müssen wir, glaube ich... Komm mal hier lang? Dann kommen wir, glaube ich, falsch aus. Ah, la, 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 la. Irgendwas knarzt hier die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist die Katze irgendwo. Irgendwas macht die wieder. Irgendwas macht die wieder. Immer diese Katzen. Okay. Dann haben wir unseren ersten Ogre. Jetzt fällt mal wieder etwas unspektakulärer aus. Weil wir machen aber auch einen Hammer Schaden, ey. Das ist ja... Das ist ja gut. Schon ein Zauberer der Bleichborken. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Einfach nur weiter die Überklatschen. Truff da. Tot. Tot. Geht hier wirklich sehr schnell. Schein Zauberer der Bleichborken. Ah, das ist die Menge nur noch irgendwelche Scheiß-Trolle rum. Oh, Oga. Oga-Klatschen. Muss man ja Wut an Ogern rauslassen. Abort. Ne, die Oga. Hund. Achso, ja. Unsere Katze heißt ja Hund. Warum habe ich das getan? Warum habe ich unsere Katze Hund genannt? Ich bin ein schrecklicher Mensch. Okay. Immer hier auch... Ah, ich glaube, wir haben auch eine Höhle. Und auch die ganzen Vollstrecker drin finden. Ja. Wusch. Auch mehrere Gegner. Kein Problem für den mächtigen Anillusion. Ratsch. Ein paar Oga in die Fresse einträchtchen macht immer Spaß. So, noch einer. Ich zerschmetter ein Nachtgeborener. Versuch das. Versuch das. Kovrog. Okay, den brauchen wir jetzt noch nicht. Das ist auch... Anni ist ein Rare. Du hast wie ein Quest-Mob. Gut, dann hauen wir dem auch noch die Fresse ein. Ratsch. Loot. Gib mir Loot. Ah, dann sind wir ein Level ab. Und was haben wir bekommen? Lederhandschuhe. Das ist ja... Toll. Freue ich mich aber. Okay, dann machen wir hier mal da. Kämpfen uns ein bisschen weiter durch die Gegend durch. Schein. Das ist ja auch. Vielen Dank.